Und wo hat es Wagen? Eine vierte Drehung nach rechts. 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 Einmal atmen und hochschieben. Und eine vierte Drehung zur Vorbund-Ansicht. Eine vierte Drehung nach rechts. Eine vierte Drehung nach rechts. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gut. Komm einmal auf die Freunde. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jungs. Jennifer Schäfer. Ja, schön. Ja. Wie ausgibt. Hoffentlich kommt es auf. Ja. Kommt. Du hast es gleich geschafft. Das ist eine wichtige Entscheidung hier, weil die Finalistinnen werden hiermit ermittelt. Es können noch im zweiten oder dritten Callout-Finalistinnen noch mit dabei sein. So, dann haben wir einen Vierer-Vergleich mit den Startnummern 89, 90, 96. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020